hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge der white ness im unglaublichen wassertempel so diese letzte seite noch müssen irgendwie ich denke müssen die abtrennen machen wir zwei und zwei aus denkt ihr ich glaube schon machen wir es mal so eins zwei eins das ist zu wenig ok wenn wir jetzt zwei und zwei abtrennen würden auch kurz wurde vier um vier ok war richtig ok dann gehen wir mal da durch, da durch, da durch, das war falsch ok das kann ich gar nicht mehr so ok ich denke wir müssen das immer so machen mal rüber, rüber was für möglichkeit haben wir denn eigentlich noch, da müssen wir ja so ruhig das geht nicht anders, das heißt hier nach oben dürfen wir alle auf keinen fall es sei denn man müsste jetzt geht es ja nicht so so geht es ja nicht oder? doch so ging es ok ich dachte wir haben das vorhin so gemacht ach du scheiße wo fangen wir an wo fangen wir noch mal Jetzt müssen wir schließlich alle Punkte abdecken. Da könnte der Endpunkt sein. Oh weia, das ist gar nicht so einfach jetzt. Wo finde ich mir den richtigen Punkt? Das passt wieder nicht. Da komme ich immer hoch. Boah, das ist echt übel. Das ist echt übel gerade. Warte mal. Gut, hier geht es doch schon nicht mehr auf, weil ich muss da hoch noch kommen. Da komme ich immer raus. Ähm, ja ich muss irgendwie von da oben her kommen. Zum Beispiel hier. Ich sage mal hier oben durch. Ich glaube, da komme ich immer raus dann, ne? Ja. Warte mal, nochmal so. Warte mal, das könnte doch gehen. Moment. Ich muss da einfach hoch rüber. Nee. Da muss ich von da her kommen. Wir können aber auch hier drüben anfangen, ne? Wir können aber auch hier drüben anfangen, ne? Hey. Und um, jetzt mal so hier drüben anfangen. Dann mal dann drin. Ja, das geht ja nicht. Man ruft, aber es geht ja nicht. Das ist echt ein schwieriges Rätsel, wie man so sagen. Wohin? Wohin würde ich das machen? Habe ich hier was über ... Habe ich irgendwas ... Übersehen? Wir haben drei Startpunkte, oder? Drei. Der Mittler finde ich fast irgendwie sinnlos. Ich habe gesagt, der geht eher nur zu überlaufen. Da kommt schon den Punkt nicht mehr an. Und das kann zwar nicht sein. Das ist eben das selbe Muster, zum Beispiel. Wie? Nee, ich dachte schon. Wer weiß. Also, das war nicht schön. Ich halte mich nicht. Ich halte mich. Keine Hand. Da wird ein Punkt nicht Wahrscheinlich ist es extrem einfach, nur irgendwie stellen wir es ganz kompliziert an Also, ich habe das Gefühl Das wie das Hm, aber wir haben ja nur die Seite, wir müssen da starten, es muss da enden Boah, das ist ja nicht betrunken gerade Wenn ich das einfach mal am Rand entlang gehe Ich sage mal am Rand entlang, einfach mal schauen ob es gehen würde Ich habe keine Unruhe, aber echt Also, das ist aber echt übel jetzt, wenn ich zugeben Hm Wie kann das denn gehen? Wie Das wäre schon die Idee, ich wüsste von welcher Säure ich beginnen muss Weil das ist halt auch so wirklich, irgendwie so unklar, wie ich so ehrlich bin Hm Hm Warte mal, kann ich mal nochmal an Was? Wie kann ich gar nicht, dass ich das ist, dass ich so kurz weitergekriege? Nee Ich aber nicht erzähle, wie sie sich auch mit dem Tränen Gehção Ich weiß nicht, dass ich das Knall Moment mal, so kann es aber gehen. Okay, jetzt wird es unten starten. Oh Mann, ey, es sieht nicht schlecht aus, es sieht nicht schlecht aus. Ich habe nur irgendwo einen Fehler gemacht, warte noch mal. Also noch mal so, so, so. Und bis dahin sah es schon mal gut aus. Ich glaube zumindest. Ausnahm würde vielleicht sogar oben durchgehen. Können wir auch sogar. Ja, wir haben es geschafft, sehr gut. Okay, okay, okay. Also, wah, mach es gut. Und dann so. So. Oh. Habe ich den verpassten, den Punkt? Und dann so, ich glaube, wir haben hier zwei Punkte zum starten. ok ich dachte dass das geht so einfach nach so viel dazu kann sich so schnell wie schnell sich das nicht mehr bewegt hier ich muss selber unten durch für weiß ist besser heiliges kanon war aber echt die frage jetzt wo starte ich denke wir starten auf der seite wie sich das irgendwie so schnell dreht was das haben sie doch geschafft ja und jetzt kommen wir darüber kommt hier noch eine brücke etwas steine auf ja gut aber was uns hier genau erwarten wird erfährt natürlich erst in der nächsten folge bedankt fürs zusehen wenn sie gefallen hat lasst mir ein like da und bis zum nächsten mal tschüss